Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder auf der Dürrnrot zusammen mit dem Justin. Servus. Ja, wenn euch der ganze Spaß hier gefällt, könnt ihr natürlich auch ein Like und ein Abo für den Algorithmus da lassen. Ähm, genau, da freut sich Justin schon. Der ist nämlich jetzt auch schon mit der Sämmaschine hier am Losknall. Ähm, und zwar Sorgumsäen. Es ist soweit, wir haben mittlerweile April, äh, 6 Uhr gerade hier in LS. Ähm, das heißt, wir sehen jetzt auf die 29 und die 32. Nein, 51 auch noch. Und 51 Sorgung. Korrekt? Ja. Okay. Und das warst du? Ähm, ich hab mir eine andere schöne Arbeit natürlich wieder mal gesucht. Und zwar, sonst wär's ja langweilig, bin ich so ein bisschen längs gegangen und hab gesehen, Gras ist erntereif. Abfahrt. Wieder mal, ne? Das heißt, was machen wir? Silage, Heu. Ja, Silage, oder? Nein, Silage. Ja, das... Wir haben doch erst... Wie dann? Wir haben doch nichts mehr. Ja, wir haben doch nichts mehr, sagt er. Oh, Mann. Genau, das heißt, ich geh jetzt schon mal los, man. Das zieht sich wieder drei Jahre. Ja. Digga, schon ein bisschen eng hier hinten, das kleine Eck, so. Wo ganze Gewichte und so stehen. Ja, das ist eigentlich die Traktoren noch so. Ich sag, wenn man die perfekte Größe dafür hat. Ja. Meinst du, solange die noch reinpassen? Ja. Ja, Ben und Jan sind auch auf dem Server. Die zwei BGA-Menschen und der BGA, beziehungsweise der BGA-Betreiber und der BGA-Hivi. Die machen irgendwas, ich glaub, die schaufeln ein bisschen Silage in ihre BGA, weil wir haben die ein bisschen ummodifiziert, dass sie jetzt ein bisschen mehr schluckt. Weil die beiden gemeckert haben. Soll mir schlussendlich irgendwo auch schnutz sein, aber dann geben sie jetzt zumindest wieder Ruhe. So, mach mal kurz den Strip hier raus. Und dann schnapp ich mir mal die eine Kombi. Was denkst du, was geht schneller? Na, ist er wieder voll müde, der Justin. Was ein Rentner. Doch, ich bin wieder da. Was sagst du, was geht schneller? Zen oder Man? Man. Denkst du wirklich? Könnte schneller gehen. Könnte, sagt er. Gut, dann machen wir hier mal so. Aber ruhig, ich fahr mit der Zen-Maschine 18. Ja. Sollen wir mal das Display wieder hin. Zack. Und dann fahren wir das erste Mal mit dem Klaas-Man. So, fahren wir jetzt. Können wir mal Heldspieler verkaufen? Ja, könnte man. Muss man ja, aber nicht unbedingt. Ah, da hat sich wohl wer auf die Seite gelegt, wenn da jemand mehr Kraft braucht. Ah, die Zen jetzt. Ja, die Zen-Mais. Wollten wir jetzt eigentlich die 16 verkaufen? Weil wir haben die ja jetzt zwei Jahre. Könnten wir eigentlich machen, ne? Ich verkaufe sie. Ja, und wollen wir dafür was anderes kaufen? Die bringt nur 25.000. Aber über X. Weil da haben wir sie auch gekauft. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Ganz sicher. Nee. Selbst nicht. Zu 100%. Sonst verkaufe ich sie. Ich verkaufe sie. Seidst du, die kostet, die bringt 25.000. Ich verkaufe es. Ja. Mach mal. So, fahr ich jetzt links. Also hier hinten steht das Gras abgrundtiefkacke, wenn du mich fragst. Wo? Auf der Bergwiese. Darf ich mal reinspringen? Ja, ist frei. Aber oben sieht so auf der Erde rein aus. Ja, ja. Weißt du warum? Ja. Wegen der Dingstufe, oder? Mhm. Soll ich die dann trotzdem hin oder erst noch stehen lassen? Kaum nach Hause weg. Nein, ich lasse die stehen, komm. Komm. Jetzt weg holen. Ich hab's. Wir sehen. Oh, oh. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So, ich geh jetzt noch Milch verkaufen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, komm, ich fahr jetzt mal bewusst da unten vorbei. Dann fahr mal hier lang. Mal gucken, ob die zwei arbeiten. Ist mir eigentlich egal, ob die arbeiten, aber ich fahr halt mal vorbei. Die kennen das Wort arbeiten doch nicht, die zwei. Die können doch gerade mal ihren Namen tanzen. Schade, dass er gerade auf der anderen Seite ist. Schade, dass er gerade auf der anderen Seite ist. Und ich fahr jetzt mal, ich fahr dann. Ich fahr jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Ich fahr jetzt mal. zack zack so kühl gut dann holen wir erst noch die 3k von oben jetzt fährt er da lang jetzt fahr ich da auch noch mal lang wenn du es jetzt auch da dann kann auch sein dass das bin ich A, E, I, O, U, du gehörst doch mit dazu, komm und sei dabei, fühl dich entfallen, A, E, I, O, U, du gehörst. Ey, der Jan-Vertrieb war's fett quer. Die Frage ist, mit welcher Begründung? Die Frage ist, mit welcher Begründung? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.